Hey Leute und kommt zurück zu The Last of Us Part 2. Im letzten Part waren wir hier in einer Bank unterwegs, haben eine Schrotflinte gefunden und jetzt erkunden wir hier diese Gegend weiter, dieses riesengroße Areal. Guckt euch mal hier die Karte an, das ist schon groß, da haben wir noch einiges zu tun, denn wir brauchen hier Benzin, wir suchen Benzin, um einen Generator zu befeuern, der uns dann Strom gibt, um da hinzukommen, wo die hier die Dinge gelagert haben, denn die WLF war hier auch unterwegs und hat die Vorräte hier zu einem Gebäude gebracht, wo wir auch hinwollen und deswegen müssen wir den Generator wieder zum Laufen bringen. Und ich habe ja im letzten Part gesagt, wir wollen versuchen hier in dieses Gebäude reinzukommen und das machen wir jetzt auch. Treibstoffausgabe. Da sind wir doch richtig, so wie es aussieht. Ihr könnt auch gerne die Videobeschreibung abchecken und den Link zu Instant Gaming folgen, denn da gibt es günstig Games und Guthaben. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und hier kommen wir nicht durch. Oder halt doch. Oh shit. Zum Glück haben wir hier ein hohes Gras. Na komm. Hier können sie uns nicht sehen, Iwana. Schade, dass wir kein Assassine sind oder so, weil sonst hätten wir hier pfeifen können. Oh Gott. Mensch. Nimm deine Krippe von hier. Autsch. Oh Gott. Wir sollten uns mal ein bisschen heilen oder so. Okay. Das fängt ja schon wieder gut an hier, dieser Part. Reaktionen wie ein überfahrenes Eichhörnchen. Oh man. Und die Erinnerung, dass wir mit L1 ausweichen können, das kam zu spät, Spiel. Aber danke. Lieber später als nie. Wir hatten ja auch ein paar Anläufe gebraucht gehabt, im letzten Part in der Bank. Oh Gott. Oh Gott. Wie konnten die uns sehen oder hören? Was auch immer. Können wir den jetzt nicht irgendwie packen von hinten? Jawohl. Zack. Und erledigt. Alle beide sind erledigt. Jetzt können wir hier weitergehen. Schnell und leiser. Oh ja. Was man von dem Angriff davor nicht erwarten konnte. Dass wir da still und leise waren. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Da sind zwei Klicker. Und ein Runner. Oder halt noch mehrere Infizierte. Ach du meine Güte. Ich wollte schon sagen, sind die Klicker versteinert oder was? Ah ne, sind sie nicht. Einmal lautes Killen hier. Oh Gott. Und jetzt müssen wir hier zurück. Okay. Ich helfe dir mal, Dina. So. Oh Gott. Ausweichen. Schlagen. Ausweichen. Nein. Warum? Wie siehst du den Falschen an, Ellie? Ach Mann. Oh Mann. Hm. Hier, zack. Geht mal da hin. Schaut mal danach, was es dort gibt. Oh Gott. Ja, 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 ja. Oh, sehr schön. Jetzt sind sie alle weit auseinander. Die sollen da ruhig bleiben, so. Alle weit auseinander. Jetzt sind sie da verstreut. Oh Gott. Warum denn nur? Das kann sie jetzt nur um Stunden handeln. So gefühlt. Los, komm. Zack. Ein Kill. Und dann wird es immer laut. Das ist das Problem. Lass mal auf den Klicker da gehen. Versuchen, den zu killen. Denn der macht uns hier am meisten Probleme. Und am besten ein bisschen Munition sparen, wenn es geht. Aber gerade geht es nicht. Oh, Dina, ich komme. Halt durch. Ich zähle schon gar nicht mehr mit, wie viele wir heute schon gestorben sind. Ich kapiere es nicht. Wenn hier noch Leute wären, hätten sie doch alles gesäubert. Vielleicht haben sie es nicht geschafft. Vielleicht suchen wir das Benzin. Oder sie hatten einfach keine Lust. Das kann es auch gewesen sein. So, jetzt sind wir hier drin. Hoffentlich gibt es hier Benzin. Und halt andere nützliche Dinge. Woher weißt du das? Zum einen ist da Menoradeko an der Wand. Das ist was Jüdisches. Und ich bin noch nicht in Flammen aufgegangen. In Flammen aufgegangen? Das ist nur ein blöder Witz. Hm, also auch nichts zu machen? Oh, Klappe. Oh, Mist. Der Riegel ist auf der anderen Seite. Hier ist ganz sehen. Ich muss nur hinkommen. War ja wieder klar, dass es dort von innen verschlossen ist. Oh, weitere Materialien zum Craften. Kommen wir hier irgendwie durch die Türen? Ne, die sind alle zu. Gibt es hier irgendwas im Lager hinten? Ne. Okay. Einmal hier wegschieben. Und dann können wir das aufmachen. Oder auch nicht. Ähm, wir müssen da drüber. Wir müssen da rüber. Oh, guck mal. Da ist auch gleich ein Kanister. Die Hauptsache ist, wir haben schon mal einen Kanister. Um das Benzin, kümmern wir uns später. Wir haben zumindest schon mal einen Behälter. Wo das Benzin reinpasst. Wo es reinkommt. Wo es sicher auch bewahrt werden kann. Okay. Was hast du gesagt? Ja. Also. Dieser Ort bringt viele Erinnerungen zurück. Meine Schwester hat mich oft mit in eine Synagoge geschleppt. Betest du noch? Manchmal. Echt jetzt? Wann? Einmal als wir Jackson verlassen haben. Und dann noch bei Joels Grab. Und manchmal bete ich. Nur so für mich. Okay. Danach bin ich ruhiger. Ich sehe die Dinge aus einer anderen Perspektive. Es ist ein guter Weg, um zu trauern. Ein Weg, Respekt zu zeigen. So kenne ich das. Alles klar, Dina. Da haben wir dich jetzt ein bisschen besser und näher kennengelernt. So, natürlich müssen wir hier wieder raus. Und. Da können wir das zur Hilfe benutzen hier. Einmal das da hinschieben. Wo wir reinkamen. Da kommen wir dann noch wieder raus. Ich habe das nämlich schon gesehen hier. So. Einmal loslassen. Und jetzt. Können wir hier wieder raus. Das ist gut, dass es hält. Wer weiß wie lange. Ach, das ist fest. Das ist bombenfest. Da ist nichts dabei. Komm schon, Dina. Gut. Was gibt es denn hier? Ein Kalender. Das klingt wirklich lecker. Und gefeiert, dass unsere Feinde uns nicht ausgerottet haben. Ich mag es, Teil dieser Überlebensgeschichte zu sein. Interessant, Dina. Die ganzen Rituale. Leutnant Torres. Vor 70 Jahren floh mein Großvater mit seiner Familie aus Deutschland. Als der Zweite Weltkrieg begann. Er konnte dank der Güte und Tapferkeit einer polnischen Familie entkommen. Das Rad dreht sich und der Kreislauf setzt sich fort. Heute hat meine Familie unsere Habseligkeit gepackt. Und dank ihrer Güte werden wir diese Stadt verlassen. Beschützt von ihren tapferen Mann. Vielen Dank, dass sie mir geholfen haben. So vieles wie möglich. Aus unserer Synagoge zu retten. Es ist schwer, die Heimat hinter sich zu lassen. Aber letztendlich zählen doch die Menschen, lebende Menschen, viel mehr. Sie tragen eine schwere Last auf ihren Schultern. Und ich hoffe, dass unsere nächtlichen Gespräche Ihnen etwas Trost gespendet haben. Ich möchte noch... Wir können's wenden. ...einen letzten Gedanken mit Ihnen teilen. Denn auf jede Wende zum Schlechteren folgt oft ein noch stärkerer Ausgleich zum Guten. Verlieren Sie nicht die Hoffnung in die Zukunft. Weiß es in der alten Redewendung. Es braucht nur eine Kerze. Um die Dunkelheit zu vertreiben. Möge Gott sie immer behüten. Rabbi Tzivar Soyders Oder Soinders Und da... trägt sie wieder was ins Tagebuch ein. Zeig doch mal her. Wenn ich an Joel... Hat sie durchgestrichen. Wenn ich an ihn denke, sehe ich nur blutende Wunden. Den offenen Mund. Zerrissen Orange. Ich werde nicht zulassen, dass sie sich so an mich erinnern. Er sterbe ich allein. War er am Ende bei dir? Mehr als ich bei ihm war. Ich will nicht nur... den Glauben... an Schmerz. Sehr, sehr viel durchgestrichen hier. Sehr, sehr viel verschrieben. Oder halt nicht die richtigen Worte gefunden. Wir kommen hier wieder raus. Dann können wir uns hier doch mal umgucken. Was hier denn so schönes ist. Einmal hier nach unten. Okay. Streicht die Kuppel von der Lüste. Finden wir das Gerichtsgebäude. Vielleicht sollten wir uns freuen, noch ein paar Vorräte besorgen. Ja. Ich glaub, das könnten wir einrichten. Das wäre nützlich. Hier oben waren wir noch nicht. Was haben wir denn hier? Krass. Niceer Scheiß. Eine Schockbombe können wir jetzt hier erstellen. Nice. Oder halt mehrere. PVT Miller. Wir haben neue Informationen über ein aktives WLF-Versteck. An der Ecke Spring. Und 5. Sammeln Sie alle in Ihren Sektor verfügbaren Soldaten. Und begeben Sie sich so schnell wie möglich dorthin. Exekutieren Sie alle Verdächtigen. Sichern Sie den Standort und warten Sie auf meine Ankunft. Sergeant Ward. Sprayen an 5. Wieder was Neues auf der Karte. Sehr schön. Und hier ist leider nicht so viel. Nur Munition. Du kannst eine Waffe pro Holster ausrüsten. Okay. Ah. Interessant. Gucken wir uns erst mal auf der Karte um. Warte mal. Das war ja gedrückt halten. So. Hier ist kein Gas. Und da ist ein Fragezeichen. Dann reiten wir doch mal weiter. Da unten steht ja noch unser Pferd. Mal gucken, wo es denn hier so als nächstes hingeht. Zumindest ist es hier friedlich. Es ist seltsam, in einer Kutzeit keine Trucks zu hören. Oder Schüsse und Explosionen. Meine Schwester hat sie immer gemieden. Vermutlich deshalb. Sie wurde einfach immer paranoider. Manchmal ist sie mitten in der Nacht schreiend aufgewacht. Das ist hart. Sie hatten immer eine gepackte Tasche, falls was passieren sollte. Wir waren nirgendwo länger als ein paar Wochen. Echt scheiße. Äh. Ist das stabil? Keine Ahnung. Hier ist das, was ich gesucht habe. Im letzten Part. Einmal raus hier. Und wieder hier. Hier rein. So, da lag noch ein Ziegelstein. Da können wir rüberspringen. Und können jetzt hier hoch. Was gibt es denn hier so Schönes? Aha. Hat zwar nicht gesehen was. Aber nützliche Dinge. Oh. Hallo. Eine Sammelkarte. Dr. Uckman. Dr. Uckman. Echter Name. Dr. Uckman. Intelligenz. 100. Muskelkraft 60. Zugehörigkeit. New Docs. Dr. Uckman war früher ein angesehener Forscher. Doch seine fragwürdigen menschlichen Grenzen überschreiteten Experimente führten zu seinem Ausschluss aus der Welt der Welt der Wissenschaftler. Aus der Welt der Wissenschaftler. Selbst der moralisch alles andere als einwandfreie Laurent Foucult von Spark Laboratories fand seine Arbeit fragwürdig. Davon uneinbedruckt setzte Uckman seine Arbeit im Geheimen fort und erschuf eine Super-KI, die seinem Willen gehorcht und seine Forschungen schützt, während er und die New Docs das Ganze mit Hightech-Raubzügen finanzierten. Uckman zieht mit seinem Labor ständig um, sodass niemand ihn aufspüren kann und sehnt sich nach dem Tag, an dem seine Versuchsobjekte als gleichwertige angesehen werden. Neutraler Schurke. Okay. Und dafür hat es sich doch schon mal gelohnt, hier hochzukommen. Ja, sieht so aus. Denk ich zumindest. Schön, dass wir ein Zuhause haben, oder? Ja. Als ich Herrn Jackson ankam, war ich überwältigt von all den Leuten. Ich war überwältigt von all dem Essen. Ich weiß nur, okay. Musikladen Valiant. Wollen wir Vorwärter suchen? Erstmal hier gucken. Da hat sie den Musikladen markiert. Und ihr habt gerade die Karte gesehen. Da auf der anderen Seite geht es noch weiter. Oh, äh, okay. Ich weiß noch, wie ich mich anfangs vollgestopft habe. Ich hab erst ein paar später eingesteckt, als ob es bald kein's mehr gäbe. Ich hab's gesehen. Hast du nicht? Doch, und ich weiß, dass ich dachte, wer ist das dürre Mädchen, das das Trockenfleisch klaut? Ich hab nicht so viel Trockenfleisch geklaut. Nur ein bisschen. Ne, Ellie? Nur ein bisschen. Was hat sie denn jetzt schon wieder markiert? Okay, wir sind jetzt hier. So eine Art Lager. Oh, ne Werkbank. Hier können wir unsere Waffen verbessern. Nice. Einmal die Kapazität. Würde ich mal so sagen. So. Sehr schön. Mehr können wir nicht machen hier. Oh, hier gibt's sehr, sehr viele Vorräte. Mensch, sammle das ein. Oh, Schrotflinten, Muni. Was ist das denn? Ach, so einen hab ich lange nicht gesehen. Ach so, das ist ja dieses Teil, was sie da benutzt haben. Um zu gucken, ob hier Infizierte sind. Ja, das haben die dazu genommen, um zu prüfen, ob hier jemand infiziert ist oder nicht. So, ich seh aber schon wieder, der Part neigt sich jetzt wieder dem Ende zu. Wie ich es euch schon gesagt habe, das wird uns jetzt bestimmt noch hier zwei Parts begleiten. Dieses riesengroße Gebiet. Und ich werde mal versuchen, in den Musikladen oder so im nächsten Part reinzukommen. Mal schauen, ob wir das denn schaffen. Denn da ist ein Fenster offen. Irgendwas ist da offen. Und dann bleibt nur noch eins zu sagen. Wenn euch dieser Party gefallen hat, dann gebt ihm doch einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.